Die Minecraft Herobrine Mod. Mir geht es gar nicht gut. Wettplatz hier. Was habe ich dort gesehen? Ah! Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich habe das schon davor getestet. Also ich weiß eigentlich, was wir jetzt hier machen müssen. Ganz basic, einen Baum abbauen. Oh mein Gott. Also, wenn diese Ruckler öfters vorkommen, dann fange ich an zu weinen. Ich hoffe, ich bin nicht leise. Ich höre nochmal ganz kurz rein. By the way, ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier streamen werde. Okay. Gucken wir mal, ob es jetzt laggt. Bis jetzt noch nicht. Das ist gut. Ungefähr ab Tag 3 kommt er uns holen. Momentan ist noch Tag 0. Revenge 2 ist coming. Ich wusste es. Screenshot, 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 Screenshot. Ah! Hier. Hier, wir haben es. We got him, Leute. We got him. Stimmt. Mops haben jetzt Kürbis auf dem Kopf. Okay, das sieht recht akzeptabel aus. Ach, scheiße. Den ersten Tod einfangen. Gar kein Bock. Oh. Easy. 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 Kein Problem. Wir haben Tag 0 überlebt. Wir haben noch... Ich hatte dich nicht in die Mott hinzugefügt. Mutter Maria. Was bist du? Okay, Boomer. Okay. Ähm. Ich hatte gerade einen Herzinfarkt. Ich höre auf einmal Schritte hinter mir. Perfekt. Ähm. Willst du mich jetzt lauer verfolgen? Kann ich es töten? Weil... Das sind die Viecher aus... Ähm. Doktor Wu. Es ist auch angenehmer mit Gesellschaft hier zu spielen. Oh. Ja. Oh. Okay. Was war das? Hilfe. Okay. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, was dieser Darkness-Effekt war. Okay, Leute. Äh. Ich bin ja ein cooler Minecraft-Spieler. Oh mein Gott. Oh. Hat keiner gesehen. Ich weiß halt immer noch nicht, wo der ist. Ich habe wirklich Angst, dass der jetzt gleich hinter mir erscheint. Wir fahren auf hoher See. Oder mehr. Eins von den beiden. Eisen. Warte. 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 Wollen wir... Darüber reden? Ähm. Ich bin noch im Mainstream. Discover any structure placed by Hero, Brian. Tristum. Tristum. Spot your room for the first time. Bro, hier ist... Hier ist niemand. Ich sehe niemanden. Wir haben einen Wald gefunden. Ohne Blättern. Das steht auch auf der Checkliste. Hier. Lava couldn't host this. Wir haben Tag 3. Wir haben ihn zum ersten Mal gespottet. Und wir haben seinen Wald gespottet. Ich bin gespannt, wie viel ich eigentlich zusammensteigen werde. Ich will Verbesserungsvorstelle. Bin ich offen. Ich liebe es. Ich will doch einfach nur ein Dorf. Wie? Oh mein Gott. 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 Ich hab's gehört. Und... Bruder. Oh mein Gott. Leute. Ich bin nicht schreckhaft. Ich weiß, was ich tue. He's watching. Get stalked by Herobrine without noticing. Ach. Oh. Okay. Nicht mit nem Schwert. Oh. Ich bin kurz weg und dann... Was ist das? Kann ich hier kurz mein Bett platzieren? Bitte. Bitte, bitte, bitte. Mir geht's gar nicht gut. Bett platzieren. Was hab ich dort gesehen? Oh. Ich bin grad... Ich bin grad kaputt gegangen. Endlich. Endlich. Ja. Das hat mich... Das hat mich... Sechs Tage gedauert. Gebraucht. Was? Ich hab noch nichts gegessen. Ich hab's geschafft. Ich dachte, der Typ steht jetzt hinter mir. Immer wenn es laggt. Ich... Ich... Ich glaub... Immer... Ja. Immer wenn es laggt. Ich... Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Also... Immer wenn es... Oh mein Gott. 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 Das ist... Das ist doch... Mir geht's gar nicht gut. Geh weg von mir. Geh weg! Du Bastard! Ich was das. Ich glaube, ich sollte anfangen, mein Haus zu bauen. We need... Holz. A few moments later. Wo bin ich? Verzieh dich! Bro, wieso läufst du weiter? Ich guck dich doch an! Rauch zu laufen! No! Ich guck dich doch an! 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 Okay, ich bin zu Hause! Die Frage ist, woraus wir unser Haus bauen! Schau mal Sand! Kurz... Kurz ein bisschen Inventar leeren! Tut auch gut! Tötet nicht! Oh, da steht... Ich wusste es! Ich wusste es! Ich hab Herobrine studiert, ich sag's euch! Wir machen aus Sand, Sand, Stein! Welches... Da ich eigentlich heute irgendwas machen wollte? Bro, what the hell are you? Ich bin ein Psychopath! Es war extrem laut! Oh Gott! Oh mein... Oh mein Gott! 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 Das ist doch geilste Schrank! Hilfe! Ah! Wer bist du denn, mein Junge? Lang nicht mehr... Okay! Doktor, ich fahr mal kurz Sand! Ist wieder weg! Und... Ach, wer ist denn der Bube? Ach, da ist der weg! Wie lange läuft der noch? Wir sind hier! Der Typ ist dort! Der Typ ist dann wieder weg! Und, und, und... Oh, perfekt! Oh! Ich bin... Boah! Wir haben alles und jetzt wird eingezogen! Let's go! Holes! Ready! Ich hab's hier so fett verkackt! Ich möchte ja in die... In die Mine gehen! Ofen! Crafting Table! Nee, andersrum! Ich mag's nicht, meinen Rücken dorthin zu drehen! Das Ding ist halt... Nein, ich geh extra nicht in die Richtung! Warte, ich brauch... Der Eisen kann man immer mitnehmen! Okay? Volt! Oh mein... Nein! Nein! Er ist einfach auf mich zugelaufen! Yes! Fuck den die Hand! Und laufen! Was ist das? Ich weiß immer noch nicht, was dieses Erz hier ist! Das waren nicht meine Schritte! Du Bastard! Du Bastard! Entschuldigung! Oh mein Gott! Mir geht's grad gar nicht gut! Ah! Oh mein... Ich verzweifle! Wo ist er? Ich hau ihn! Ich hau ihn! Easy! Tag 14! Tag 14! Man hat nur die Augen gesehen! Okay, war ein so ein Block! Tag 14! Ah! Oh mein... Auf ihn! Oh! Aha! Oh! Oh! Wait! Hier ist auch wieder Ding, Diebdark. Bitte! Bitte. Oh mein Gott. Leute, es erinnert mich gerade ein bisschen an ein anderes Video. Was? Also, Bro. Es hat Zeit für mich nach oben zu gehen. Gut. Meine Aufnahme läuft seit 4 Stunden. Mein Baum ist weg. Danke, I guess. Eine Aufgabe wäre noch. Okay, ich brauche einen Hund. Was? Nein, 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 nein. Ey, yo. Wieso läufst du weg? Wieso läufst du weg? Komm zurück. Wisst ihr, wie selten es ist? Seins leuchtet. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was für eine prozentige Chance es ist. Also, da kannst du mir nichts anderes sagen. Hey, du. Was bist du? F**k er sich. Bro, du hast deinen Job verkackt. A few moments later. Ich habe nicht... Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Der Typ steht auf meinem Dach. Komm da runter. Ich nehm mich mit. Er ist weg. Er ist weg. Wait. Ui. So. Ich wollte gerade blocken und es hat nicht geklappt. Und jetzt habe ich mich wieder verriert. Ich brauche nur Gold und dann verschwinde ich wieder. Was ist das für ein Gold? Du bist halt so ein Affe. Ich glaube es ist Zeit hoch zu gehen. Okay wir haben all unser Gold. Jetzt können wir endlich das Schrein bauen. Actually ich habe gehört. Dass man Herobrine noch mit einem anderen Schrein spawnen kann. Ich bin ready to rumble. Seid ihr ready Hunde? Did I salt it here? Weg. Oh mein Gott. Ja das sollten wir. You don't know what you did. Was habe ich denn getan? Ich habe nur ein Hero-Brine-Schrein gebaut. Was hat das jetzt ausgelöst? Ja ähm. Man merkt man das Ding hier auch nicht. Bis zum nächsten mal. Tschüss. Tschüss. Wha die Bahn. mother-ckeo. Ja, Gavin. Dame. Bis zum nächsten Mal.